Männer sind schwach. Lasst mich etwas über Frauen sagen. Oh! Hey! Frauen, wollen uns glauben machen, dass Sie die Opfer sind. Dass wir Ihre Herzen zum Spaß brechen. Ich dachte, ihr habt gekündigt. Das ist Quatsch. Sehen Sie, Frau? Das ist doch die Dariohunde wieder. Sie sagen, Sie wollen wahre Lieben. Aber alles, was Sie wollen, ist eine Checkliste. Ist er perfekt? Ist er attraktiv? Ist er ein Arzt? Ihr Männer, die ihr diese Kriterien erfüllt, macht euch nichts vor, weil sie nicht mit euch schlafen. Sie schlafen mit einer ausgeklügelten, berechnenden Pro- und Kontraliste. Geld geht vor Charakter, Aussehen geht vor Seelen. Oberfläche geht vor Tiefen. Keine Geste. Egal wie ehrlich, gemeint oder romantisch, wird es je mit so einer beeindruckenden Checkliste aufnehmen können. Da. Also, da habt ihr es, Leute. Das ist die nackte Wahrheit. Ist eine Frau scharf auf zwei Typen, nimmt sie immer den mit dem besseren Lebenslauf. tut sie immer den mit dem hoch��ager. Hmmm, ich weiß nicht. Der micron wird es Ihnen abgeklügelten. Doos stück. Boah zum Aussehen! Alles tocht!